Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe ihn zum Bleiben zwingen. Doch schließlich brach ich den Befehl ab. Anna erinnert sich nicht daran. Doch ich habe es ihretwegen getan. Sie war schon immer der Engel auf meiner Schulter. Meine Menschlichkeit. Sie ist der Grund dafür, dass ich mehr als eine Waffe bin. Ich bin Rasputin wegen Anna Bray.